Gemüseauflauf Ein Gemüseauflauf ist eine einfache und gesunde Mahlzeit, die aus verschiedenen Gemüsesorten, einer Soße und einem knusprigen Belag besteht. Gemüseaufläufe sind ideal für die Resteverwertung, da man fast jedes Gemüse verwenden kann, das man im Kühlschrank hat. Außerdem sind sie sehr variabel und können je nach Geschmack und Saison angepasst werden. Um einen Gemüseauflauf zu machen, braucht man folgende Zutaten. Gemüse nach Wahl, zum Beispiel Brokkoli, Blumenkohl, Karotten, Zucchini, Paprika, Aubergine, Tomaten. Eine Soße nach Wahl, zum Beispiel Bejamel, Käse, Tomaten, Sahne oder Kräutersoße. Ein Belag nach Wahl, zum Beispiel geriebener Käse, Semmelbröse, Mandelblättchen oder Haferflocken. Gewürze nach Geschmack, zum Beispiel Salz, Pfeffer, Muskatnuss, Paprika, Oregano oder Thymian. Die Zubereitung ist einfach. Das Gemüse waschen, putzen und in mundgerechte Stücke schneiden. Je nach Sorte kann man es auch vorher blanchieren oder dünsten, um die Garzeit zu verkürzen. Die Soße in einem Topf auf dem Herd oder in der Mikrowelle erwärmen und mit den Gewürzen abschmecken. Eine Auflaufform einfetten und das Gemüse gleichmäßig darin verteilen. Die Soße darüber gießen und mit dem Belag bestreuen. Den Auflauf im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Celsius für etwa 20 bis 30 Minuten backen, bis das Gemüse weich und der Belag goldbraun ist. Den Auflauf aus dem Ofen nehmen und heiß oder lauwarm servieren. Dazu passt ein grüner Salat oder Brot. Ein Gemüseauflauf ist eine leckere und nahrhafte Mahlzeit für die ganze Familie. Er lässt sich auch gut vorbereiten und einfrieren. Man kann ihn mit verschiedenen Soßen und Belägen variieren und so immer wieder neue Geschmackserlebnisse schaffen. Guten Appetit!